Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Und jetzt, wenn ein Regist, Nikol Pashinyan, oder ich weiß nicht, wie es das heißt, dass er das alles ist, dann ist er tief, und der Mensch ist es. Ich bin ein sehr, 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 sehr. Ich bin ein Hans-Negg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020